Norddeutscher Rundfunk Vergepresse da, die mal eine Meldung machen. Einfach geradeaus ins Studio. Welcher Maße? Ich bin noch nie so gefreut, dich zu sehen. Willst du mal bitte aufmachen? Aha, ich muss erst mal den Tatort dokumentieren. Ich spreche kein Fleisch, glaubst du? Er will kuscheln. Hey, du kleine Hummel. Du wolltest doch kuscheln. Werte und leicht klatscht es, aber keine Blaus. Ich habe mich noch nie so gefreut, dich zu sehen. Auf einmal hätte ich das gewusst. Ich kann dir gerne in Zukunft häufiger interessieren. Kann mir jetzt gehen. Taubschum ist besser. Du hältst die Waffe gut. Fast wie dein Vater. Jetzt mal, du hast meine Mutter erschossen. Wo ist sie? Die haben sie mit einer Lieferung ein Mädchen nach Moskau verkauft. Wer? Jetzt will man Schickert. Boom. Schickert. Gib mir meine Tochter zurück. Vielleicht gefällt es ihr ja. Wenn es ein wenig hartes geht. Ich habe Isabella verloren. Lenny verliere ich nicht. Ich habe gesagt, wir sehen uns wieder. Sie können ihn da nicht rein. Nein. Oh nein. Die schießen. Ich auch. Wo ist das jetzt? Nichts. Wenn du Lenny haben, wir payen dir 50.000. Wenn nicht, wir töten deine Haus und dir all. Herzlichen Glückwunsch. Die abgebrochene Arme. Auf jeden Fall. So wie du ihm deine Nase in die Faust gehämmert hast. Der Wald ist sehr gefährlich. Kommen Sie nicht vom Weg an.